Hendrik Nikolaas Theodor, Hein, Simons ist ein niederländischer Schlagersänger, der als Kinderstar unter dem Namen Heintje große Erfolge feierte. Er wurde in Deutschland durch seinen Hit Mama und als Darsteller in sechs Filmen von 1968 bis 1971 bekannt. Karriere der niederländische Musiker und Produzent Adi Kleingeld war 1966 durch einen Tipp auf Heintje aufmerksam geworden. Nachdem dieser einen Talentwettbewerb in Scheesberg mit der niederländischen Version des Schlagertitels Mama gewonnen hatte, wurde er von Kleingeld unter Vertrag genommen. Kleingeld betätigte sich fortan als Heintjes Manager und komponierte die meisten Titel des Sängers. Noch im selben Jahr nahm Heintje in Amsterdam seine erste Platte auf niederländisch auf. Große Bekanntheit im deutschsprachigen Raum erlangte er mit der erstmals im Oktober 1967 öffentlich vorgetragenen deutschen Version seines siegreichen Wettbewerbsbeitrags. Mama, so die nunmehr verwendete Schreibweise, hielt sich 25 Wochen lang in den Charts, erreichte Platz zwei der Charts und war 1968 die meistverkaufte Single in Deutschland. Mit den nachfolgenden Veröffentlichungen landete Heintje dreimal in Folge auf Platz 1 der deutschen Hitparade, hinzu kamen weitere musikalische Erfolge wie Heitschi Bumbaitschi, Ich sing ein Lied für dich und Schneeglöckchen im Februar. Innerhalb von rund vier Jahren wurde Heintje für seine Singles und Langspielplatten mit insgesamt 40 goldenen Schallplatten, einer Platinschallplatte, zwei goldenen Löwen von Radio Luxemburg, einem Bambi und zahlreichen weiteren Preisen ausgezeichnet. Sein deutscher Produzent war bis 1976 Ronny. Texte und Kompositionen stammten zum Großteil von Hans He. Von Heintje wurden über 40 Millionen Tonträger verkauft. Drei LPs erschienen für den internationalen Markt in englischer Sprache. Im Jahr 1968 wurde Heintje für den Film entdeckt. In Zum Teufel mit der Penne spielte er zunächst eine Nebenrolle, bevor er ab 1969 mehrere Filme mit eigens auf ihn zugeschriebenen Hauptrollen drehte. Eine Karriere als Schauspieler hatte er jedoch nicht. Heintje konnte sich ab 1973 nie ganz von seinem Image des Kinderstars lösen. Zwar erreichte er 1975 in Südafrika mit zwei in Afrikaans aufgenommenen LPs auch eine große Fangemeinde, in Europa jedoch blieb sein Erfolg bescheiden. 1979 sang Heintje in der TV-Show, Zwischenmahlzeit, ein Duett mit Andrea Jürgens, die als weibliches Pendant des Kinderstars galt. Hein Simons versuchte mehrere Comebacks, zuerst unter dem Namen Heintje Simons, später als Hein Simons, wobei er sich Mitte der 1990er Jahre im Bereich der volkstümlichen Musik etablieren konnte. Er ist seither immer wieder als Gast in verschiedenen Musiksendungen des Fernsehens und veröffentlicht auch weiterhin neue Alben. Simons trat im Dezember 2017 zusammen mit Hansi Kraus in der Quiz-Show. Wer weiß denn sowas? Moderiert von Kai Pflaume, auf Wie sie das independence seitens? Auf nonprofits bei Prozent bei Ching ä bl Vielen Dank.